Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Resident Evil 4, das Remake. Ja Leute, es geht weiter hier mit Resident Evil 4. Wir sind jetzt hier um den Händler zum ersten Mal, den wir jetzt hier gesehen haben. Und ja, in der letzten Folge haben wir diesen Luis Cason Cardoso. Ich hab seinen Namen gerade wieder vergessen, aber er heißt auf jeden Fall Luis. Den haben wir wieder gesehen, jetzt hab ich gesehen, geht's in eine Schlucht rein. Das heißt meistens nie was Gutes, aber mal schauen, wo es jetzt hier dann weitergeht. Hier können wir nicht durch, da müssen wir wahrscheinlich hier oben drüber hochklettern. Ja, wir schauen einfach mal, okay. Ja, da hinten sieht's wieder gefährlich aus. Da hab ich jetzt keine Lust drauf, aber wir müssen. Okay, okay. Lassen wir erstmal hier reingehen. Geht nicht. Gegner sind alarmiert, das ist nicht gut. So, jetzt müssen wir aufpassen. Oh Gott, da kommt einer mit Missgabel. Da ist Oma, bitte alle erledigen. Digga. Alter Bruder. Wir müssen hier kombinieren erstmal. Äh, äh, herstellen. Machen wir erstmal hier grünes Kraut. Und dann können wir, glaube ich, das nochmal kombinieren, oder? Ähm, ne, das geht nicht. Dann würde ich erstmal das, diese Mische hier nehmen. Jawoll. Und dann das Ding auf die ballern. Und jetzt hab ich keine Munition mehr. Oh Gott. Ähm, okay. Ich glaub, ich muss hier mit diesem Fass spielen. Wenn die herkommen. Oh, Baby. Kommt der? Ja, dauert noch. Ach, Mann, ich seh den nie. Oh Gott, hinter mir ist auch noch jemand. Nee. Alter Bruder. Verpiss dich bitte. Ey, was ist denn hier los? Bruder. Herstellen kann ich. Ich kann nur Pistolenmunition herstellen. Ja, Bruder, das ist halt hier richtig lustig, ne? Ausrüsten. Bruder. Bruder. Ey. Okay, hier, nehmen, nehmen, nehmen. Okay, da ist keiner. Digga. Ey, was ist mit denen hier los? Ah, der Bruder. Es ist nicht normal hier. Äh, ich will das hier ausrüsten. Und werf. Oh Gott. Äh, war schlecht von mir. Ja, ich hab nicht mehr viel Schuss, ne? Bruder, ich hab noch fünf Schuss. Bruder, komm. Messer ihn, Messer ihn. Du Messern. Das war's immer noch nicht. Bruder, wenn die mich verarschen. Rohstoffe L. Keine Ahnung, was das heißt. Ja, genau, kann man das Tor jetzt wieder aufmachen. Bruder. Was ist hier los? Ja, mal gucken. Lag hier noch irgendwas auf dem Weg? Ich hab hier nur noch drei Schuss, ne? Ich bin dann nachher im Arsch. Können wir hier noch irgendwas herstellen? Ne, Gewehrmunition. Mit vier kannst du aber auch nicht viel herstellen, ne? Ne, wir brauchen fünf. Oh, jetzt hab ich sortiert. Messer, Messer, Messer. Junge, Messer, die Olle doch. Halt. Wenn du mich schlägst, kriegst du hier erstmal erst den Verspray. Er wollte mich doch verarschen, oder? Renn. Bruder, da lässt du nicht. Ich hab keine Waffen mehr, ne? Ich hab keine Munition mehr. Das Ganze vergessen hier. Ausrüsten. Digga, das muss ich messern. Digga. Es ist nicht normal, ne? Digga, ich mess euch alle, euch Schlampen hier. Ich mess euch alle. Ich mess euch alle. Komm, Messer, Messer. Oder verarschen? Jetzt war's das bitte mal, okay? Jetzt reicht's. Bruder. Also hier hab ich noch eins zu sammeln. Reicht jetzt. Digga. Okay, da ist es jetzt auf. Ey, das ist nicht normal. Wo die jetzt alle hergekommen sind, Junge? Aus Kyrgyzstan, oder was? Bruder, nicht normal. Das kannst du keinem erzählen. Erste Hilfe-Spray. Aber ansonsten sind sie nix mehr, ne? Ne. Ja, super. Okay. Gucken wir mal, was hier noch alles ist. Oh, Junge. Ich hör da immer noch jemanden. Hä? Bruder, wo ist die Olle jetzt? Ach, da drinnen. Ach, nö. Digga. Von wo? Ich seh die nicht mal. Okay. Äh, erstmal herstellen. Machen wir die Mischung. Digga, das ist nicht normal, ne? Du willst mich echt verarschen. Digga im Himmel. Oder ich weiß nicht von wo. Hä? Ach, Bruder. Da. Digga, wo kommen die jetzt schon wieder her? Ich krieg zu viel. Digga, ich dachte, es reicht es endlich mal. Dachte, es reicht. Es kommen da nochmal 500 Gachlauis. Digga, werf nicht. Oder immer in Bewegung bleiben. Okay, ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Jetzt kommt da wieder Schrägkopf. Digga. Brenn. Digga, wie ist der jetzt da hochgekommen? Achso, der war da oben. In deinen Arsch. In deinen Arsch. In deinen Fuß. Ist er tot? Ja. Bruder. Es reicht jetzt. Oh, da lag noch was. Ah, Pistolenmunition. Wichtig. Digga, neben dem Fast ist nie gut. Bruder, ey. Digga, ich weiß nicht, wohin. Wenn. Ach, Junge, renn doch. Und finishen. Bruder, ich dachte, ich dachte jetzt finishen. Messer, Messer. Junge. Hure. Bruder, geht ein Messer in den Hals und überlebt es einfach. Digga, wollt ihr mich verarschen? Was kann ich ja nochmal herstellen? Pistolenmuni, Junge, Flintenmuni. Gib mir die so hardcore. Das glaubst du gar nicht. Jetzt schneller nachladen, nachladen, nachladen. Das ist nicht normal. Digga, es reicht jetzt. Ich dachte, ich komme jetzt hier auch nochmal hoch, ey. Digga, die kommen alle von hier halt, ne? Gibt es hier unten noch irgendwas? Ja, eine Handgranate. Super. Digga, sind die da unten oder was? Da ist auch noch einer. Knie nieder. Ja, ist ja echt so, ne? Das nimmt kein Ende. Blendgranate. Bruder, jetzt reicht es aber. Es reicht irgendwann. Okay, keine Ahnung, wo ich hier bin, aber hier ist ein Schatz. Ein kleiner Schlüssel. Du bist einfach weg hier. Bruder. Musik hört auf. Digga. Ich geh jetzt einfach. Ist mir egal, was ihr von mir wollt hier. Digga. Verpiss dich. Alter, das heckt mich hier. Okay. Wir sind hier wieder, Bruder. Ich hoffe, das passt jetzt, das Ding hier. Müsste aber passen, ja. Okay. Wir müssen es auch noch richtig drehen, ne? Ähm. Aber warte mal. Äh, der Kopf ist da. Die Fliegel müssen... Ich glaube so, oder? Ja. So ist es richtig. Stark. Und der Schlüssel wahrscheinlich dann auch für da gedacht, oder? Oder kann man einfach durch? Okay, man kann einfach durch. Das sieht lustig aus. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz beim Händler, ob wir irgendwas holen können. Weil... Bruder, das ist nicht normal. Verkaufen. Rubin, da habe ich den Fehler gemacht. Das habe ich auch bei Annie gesehen, einem YouTuber, dass der so eine Kanne hatte, wo man die Sachen, ähm, ähm, ja. Wo man eben das reinpacken kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht, leider. Na, guck mal, was wir kaufen können. Immer noch drei Spinellen, nur Zielfernrohr, Erste-Hilfe-Spray, Koffererweiterung, brauche ich nicht bolzen. Ich brauche halt Munition, das ist das Problem, ne? Aber der hat keine Munition für mich, oder? Doch hier kann man noch zurückkaufen. Ah, das sind nur diese Sachen, ne? Bolzen werfen. Ja, eigentlich schon, ne? Was ist das hier? Beim Kauf vom Zielfernrohr gratis dazu. Beim Kauf von... Also wenn ich das kaufe, habe ich das da oben auch. So steht es da, oder? Hier. Beim Kauf des Zielfernrohrs das gratis dazu. Nur für kurze Zeit, dann mache ich das, hä? Jetzt müsste die mir auch gehören. Hä? Hallo? Bruder, der hat mich verarscht. Naja. Okay. Ja, Bruder, das mache ich. Ja, ja, danke. Äh, wir gucken nochmal ganz, was wir tunen können. Kampfmesser reparieren. Zack, Alter. Ähm. Ne, ich wollte nochmal bei... Wo bin ich jetzt? Hier. Da ist jetzt die Waffe. Die sieht geil aus. Ja, mal schauen. Ja. So, äh, wo ist jetzt diese Waffe? Hier ist die. Das müssen wir aber noch... Äh, Zubehör. Das. Ja. Kann ich das nicht irgendwie so reinpacken? Ach so, man kann das einfach nur so, zack. Jetzt ist das dann hierfür. Ähm, die will ich aber schnell zugriff. Nach... Nach... Ja, unten. Brauchen keine Blendkranate, glaube ich. So, Bruder, jetzt können die Gegner kommen, Alter. Jetzt können sie kommen. Äh, wir speichern hier lieber nochmal. Und dann geht's weiter. Die Gegner können jetzt hier erstmal kommen. Das sag ich dir. So, ähm, ich nehm die hier und los geht's. Ich glaube, ich hab auch vergessen, den Timer zu stellen, oder? Ja, super. Extra Timer bereitgestellt, aber vergessen den zu stellen. Super. Okay. Du siehst mich nicht. Schneller. Och, Bruder. Verarschen? Junge, ich dachte, ich seh mich nicht. Alter. Okay. Ja, aber mei. Weg. Äh, erste Hilfespray. Hab ich irgendwas? Ich hab nix mehr. Doch, hier noch eins. Okay. Ähm. Das wird lustig, glaube ich. Oh, die rennt schon wieder. Nicht rennen. So, Bruder. Den hab ich zerstört. Da kommt wieder Oma gerannt. Hä, rennt Oma jetzt in die Falle? Bruder, Oma kann einfach... Ja, sehr gut. Sag, Alter. Bitch. Da ist noch Pistolenmunition. Bruder. Der ist hart. Hier. So, hier hocken. Achso, das ist Rohstoff. Okay. So, hier ist nochmal grünes Kraut. Das ist wichtig. Und da ist auch noch irgendwas. Ein Saphir. Okay. Ja, das war gut hier. Äh, ich würde nochmal gerne wissen, wie kann man diese Bärenfallen zerstören? Weil das weiß ich nicht. Ja gut, ich kann jetzt ja einfach vorbeilaufen. Aber die muss man doch irgendwie einklappen können. Ach, das ist doch eine Kacke. Bruder, das ist ein sexy Arsch, gell? Weißt du das? Hier kann ich drauf? Aber hier kann ich nicht mehr drauf. Hä? Wollen wir jetzt was bringen? Naja, okay. Ich höre wieder diese Leute. Das gefällt mir gar nicht. Naja, solange irgendwie nicht hier Hans im Glück kommt, alles gut. Schießpulver. Habe ich ja alles nochmal durchgesucht, weil Leute, hier braucht man wirklich alles, ne? Ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Das kann man nicht verschieben, ne? Aha. Da drin kann man irgendwas machen. Aber ich komme da nicht hin. Oder kann ich hier drauf klettern? Nö. Hier kann ich auch nirgendwo drauf klettern, oder? Hier auch nicht? Ne. Vielleicht kommt man hier auf der anderen Seite dann oder hier irgendwie durch. Lass mal schauen. Da ist ein Brunnen. Da ist nochmal Schießpulver. Ah, hier. Soren, eine Aufziehmaschine. Okay, hier ist keine. Nichts Gefährliches drin. Da ist was. Was krakelige Notiz über Spielfigur. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was das einmal war. Zerstöre die Aufziehfigur. Und diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Aha. Wo ist die? Ich höre die irgendwo. Aufziehmaschinen. Ah, Dieter. Dominik, du bist lost. So, hier ist das Messer. Ne, ich kann das so. Genau. Zack. Eins von 16. Okay, da gibt es anscheinend ganz schön viele. So, hier aufpassen. Nicht reintreten. Gehen wir mal weiter. Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich doch ganz arg verarschen. Dass jetzt der Penis kommt. Jetzt kriege ich zu viel. Kann man irgendwas herstellen? Pistolenmunition, Flintenmunition. Ähm, herstellen. MP-Munition, Gewehrmunition. Äh, da brauche ich die Gewehrmunition, gell? Ja, Bruder. Das ist lustig. Oh, oh. Ach so. Klar. Oh mein Gott, der hat sich da... Brenn. Oh, ich... Ich dachte gerade, ich bin auch in eine getreten. Oh nein. Ah, ich bin tot. Ja, klasse. Jetzt darf ich wieder alles von neuem machen, oder? Da ist der erste tot. Bruder, der Typ ist nicht normal, ne? Ja, fortsetzen. Klasse. Ja, komm, fortsetzen. Sind mal gespannt, wo ich jetzt anfangen darf. Die Umgebung nutzen die überall ausgelegten Fallen schaden auch den Gegnern. Nutzen sie sie zu ihrem Vorteil. Ah, echt? Danke. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ey, das ist doch kacke. Wo fange ich jetzt schon wieder an? Bitte nicht so weit hinten. Ich glaube, beim Händler wieder wahrscheinlich, ne? Ist das kacke. Naja. Was willst du machen? Na, ich fange hier an, okay. Ja, immerhin okay. Ist nicht so weit weg. Gut, es ist auch nicht extrem nah, aber ist nicht so weit weg. Bruder, der Typ will mich aber auch auseinandernehmen, ne? Vor allem, wo die einfach von hinten kommen. Die Kachlau ist. So, machen wir das hier nochmal. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach an ihm weg, oder? Weil sonst bin ich ja auch immer vorbeigerannt. Achso, die ist schon zerstört. Okay. Ja. Ähm. Glückwunsch. Daher kommt einfach dieser Typ da. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Ich bin eigentlich voll. Wie hat der mich da direkt auseinandergenommen? Ich renne einfach mal vorbei. Kann ich hier rein? Ne, ich kann nicht rein. Glückwunsch. Kann ich hier rein? Ne. Ja, ich bin gefickt. Digga, wo geht's hier jetzt lang? Boah, jetzt ist da noch eine Falle. Digga, die sind echt schlimm, diese Fallen. Oh. Ja, nicht schlecht. Hoffentlich kommt der hier nicht jetzt ran. Ja, nicht schon. Aber der ist jetzt weg, glaube ich, oder? Ich höre nicht mehr. Handgranate. Da ist noch was. Ah, da brauchen wir einen Code. Ich glaube, hier passiert mir nichts. Auch wenn ich jetzt Zombies höre. Hier steht irgendwas. Endlich Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes. Danket unserem Herrn. Fleisch, Blut, Herren. Vielleicht da. Fleisch, Blut, Herren. Gibt's da irgendwas mit Fleisch? Vielleicht das hier. Blut. Und unseres Herrn. Das Gott. Das? Ne. Ist nicht irgendwas hier? Ne. Die machen mich hier ein bisschen nervös. Oh, ein Ei. Sehr stark. Gibt ja immer ein bisschen Gesundheit, ne? Sehe ich denn irgendwo draußen? Nö. Ach, das habe ich nicht verstanden hier. Da sind noch diese Fotos. Wir können mal ganz kurz schauen, diese Akte, die wir jetzt erhalten haben. Verkohltes Bild. Krakelig. Fleisch. Da war nur das Bild. Händler. Okay. Okay, nee. Oh, nee. Oh, man kann nicht speichern. Oh, nee. Das heißt, ich muss ja auch wieder raus, ne? In Hochachtung vor seinem Meister bat das Volk seinen teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer, sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweineherd, sein kräftiges Schwein, die verarmte Alte, ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und war zufrieden, ne? Also Bauer, Schwein und geliebtes Kind. Vielleicht ist es das. Kann man nicht hier reinmachen. Ähm, das könnte sogar sein, ne? Schauen wir mal. So, hier war das. Ah, schon ein geiles Spiel. Ähm, was war geliebter Bauer? Schweineherd. Und, äh, Neugeborenes. Was? Wo ist denn das? Das ist ein Schwein. Ah, so, okay. Das war dieses, äh, Dings. Kristallkugel. Wahrscheinlich können wir die da oben reinfügen. Oh, nein. Ja, also können wir das hier einfügen, wenn der schon da stand. Hundertprozentig, Herr Weikler. Ach, du Scheiße. Bruder, willst du mich verarschen? Ah, so. Nee. Nein. So. Ja. Boah, ich dachte schon. Okay, ist ein Bett. Aha. Den großen, weiten Schrank, den kann man natürlich nicht aufmachen, ne? Da war Pistolenmunition. Aha. Ja, ist auch gut. Aber bevor wir den Hebel ziehen, Junge, das Ganze vergessen. Guck ich mir erst mal noch um. Insignenschlüssel. Aha. Hey. Oh. Nein. Ja, das bringt gar nichts, glaube ich. Dicker, was will der immer von mir? Jetzt habe ich die restlichen Sachen dir nicht angeschaut. Schade. Jo, das war's wohl wieder. Mendes. Ist das Ada? Lol. Einfach Ada. Kennt man ja noch aus dem Resident Evil 2 Remake. Däger. Danke, Ada. Ja, der weiß noch gar nicht, dass es ihm initiiert wurde, ne? Und damit Kapitel beendet, Leute, ne? Schreibmaschine. Kann man nochmal speichern. Ja, Leute, dann würde ich sagen, was ist von dieser Folge? Hier kann man wirklich gut dann beenden, ne? Wenn nicht die Folge gefallen hat, kriege ich kein Abo da lassen, ne? Wir können mal ganz kurz schauen. Hier Kapitel-Ergebnis. Spielmodus. Einmal ein Tod gehabt. Ja, schade. Genauigkeit. Male Schadung genommen. 16. Getötete geht auf 45. 38 Minuten. Passt dann perfekt, würde ich sagen. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.